Einzigartige Einblicke in die Geschichte der Landwirtschaft Liebevoll restaurierte Sammlerstücke Die größte Modellsammlung Deutschlands Technische Innovationen im Laufe der Zeit Das bietet das Deutsche Landwirtschaftsmuseum in Hohenheim. Auf über 5700 Quadratmetern wird die Entwicklung vom einfachen Gerät bis hin zu modernster Agrartechnik gezeigt. Von den ersten tonnenschweren Dampfpflügen bis hin zu PS-starken Hightech-Schleppern ist hier alles vorhanden. Vom Laien bis zum Experten. Die Ausstellungsstücke sind für jeden interessant und werden gerne in einer Führung erklärt. Jedes Jahr besuchen zahlreiche Agrarbegeisterte, internationale Gäste und Schulklassen das Deutsche Landwirtschaftsmuseum in Hohenheim. Begeben auch sie sich auf Entdeckungsreise durch die Geschichte der Landwirtschaft.